In diesem kurzen Video zeigen wir dir, wie du uns ganz einfach deine persönliche Werbekonto-ID mitteilen kannst. Hierzu melde dich bei Facebook an, gehe oben rechts auf den kleinen Haken. Dort wählst du Werbeanzeigen verwalten, beispielsweise Werbeanzeige erstellen aus und auf dem nächsten Fenster siehst du dann deinen Namen und deine persönliche Werbekonto-ID. Bitte schick uns diese Werbekonto-ID einfach per E-Mail oder auch per WhatsApp zu. Wir richten dann alles weitere ein.